Hallo Leute, ich wünsche euch alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und für 2021, ich hoffe Corona-frei, dass wir wieder normal leben können. So, dann möchte ich noch einen besonderen Gruß senden an die Leute, die heiligabend arbeiten müssen, so wie den Krankenhäusern, die Polizei, Feuerwehr, die ganzen Verkäuferinnen, die Füße platzdenken. Also ich muss schon sagen, und alle die Leute, die das noch ohne Entgelt machen, also die bewundere ich, muss ich schon sagen, da ziehe ich alles, was ich habe und den Outfit. Ich habe ein anderes Outfit genommen, weil ich ja immer einen Helm aufhabe, weil ich immer mit dem Rad fahre, aber hier zu Hause fühle ich mich ziemlich sicher und ein bisschen spaßlos sein, sonst kann man die Corona-Scheiße nicht mehr ertragen. So, ich wünsche euch alles Gute und natürlich den HSV, natürlich bin ich gedämpft, optimistisch, aber vielleicht sagen sie ja doch auf und das wäre für Peter das schönste Weihnachtsgeschenk, was es gibt. Alles klar, nur der HSV, tschüssi und an alle nochmal, bleibt schön gesund und Corona-frei. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020